Okay, also, falls mich irgendjemand hören kann, falls hier irgendjemand mit mir in diesem Raum ist, in diesem Zimmer ist, in dieser Wohnung ist, dann bitte ich, diese Person jetzt hervorzutreten und sich vor dieses Gerät zu stellen und sich bemerkbar zu machen. Falls hier irgendjemand ist, bitte stell dich vor das Gerät. Nochmal. Bitte mach das nochmal. Ich möchte es, dass du es noch ein einziges Mal machst. Bitte jetzt nochmal. Vielen Dank. Dankeschön.